Weil ich mehr will als einfach nur saubere Wäsche, mache ich den ganzen Schritt. Zum umweltbewussten Waschsystem, zum phosphatfreien Visier und der Umweltkugel. Mit der Umweltkugel dosiere ich sparsam. Ich brauche keinen Vorwaschgang. Jeder Tropfen wird genutzt. Direkt im Herz der Wäsche wirkt Visiers geballte Waschkraft. Alles sauber und die Farben leuchten. Machen auch Sie den ganzen Schritt zu Visier und der Umweltkugel. Mehr als nur phosphatfrei.